Ich glaube, wir sind wieder zurück bei Roderick. Ja. Roderick Forrester auf dem Königsweg. Roderick You didn't come here to steal from farmers. Roderick We didn't come to get ambushed, either. But plans change. Roderick I can't believe my little brother's gone. Roderick All that bloody fool wanted was to come back to Westeros and fight for his family. Roderick I told him it was stupid, that we had a good thing going across the Narrow Sea. Roderick But he did it anyway. Roderick All for a family who cast him out. Roderick Who banished him to the other side of the world, but begged him to return when they needed him. Roderick He might have been in exile, but his name never stopped being Forrester. Roderick I doubt a day went by he didn't remember it. Roderick Well, maybe you're right. Roderick Because there isn't a day goes by that I don't think about getting revenge against the White Hills. Roderick That's his spirit. Roderick That's his spirit. Roderick I kept expecting to turn my head and see him riding beside me. Roderick Laughing at the idea that he, of all people, could actually be dead. Roderick But then I turn and... Roderick It's just you. Roderick But then I'm not sure how I expected this would go. Roderick I know how you feel, Besker. Roderick No, you don't. Roderick You hadn't seen him in years. Roderick He did the same thing once, actually. Roderick And the butchers girl. Jetzt sind wir hier, beide von uns, ohne den Mann, die wir damals genannt haben. Vielleicht verstehst du. Wenn ich nur noch eine Sache mache, in dieser Piss-Life meiner Meinung nach, wird es um diese Bastards zu machen. Du hast deine Chance für Revenge. Die Whitehills haben sich gezeigt, sie kommen für uns jetzt. Aber zuerst, Roderick hat eine Aufgabe. Er muss seine Mutter sagen, sie hat eine andere Sonne verloren. Oh Gott. 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 Die finale Schlacht Toll Wir könnten versuchen sie zu überlisten Vielleicht durch einen Hinterhalt Und jetzt sind wir wieder im Northgrove Nein Wir brauchen deine Hilfe Will ich nicht? Aber ich kann dich verstehen. genug, Djoserah. Er sagt, dass die House Forrester serviert. Wer kann so viel sagen. Welche Proof haben Sie? Wenn Sie uns glauben, dass es nicht eine Lie ist. Ich wurde das von Talia Forrester gefordert. Das ist die Forrester-Sigil. Von Ironwood. Die sehen ja fertig aus. Wascht euch mal! Nein! Ich wollte gerade sagen, er ist doch noch nicht tot, oder? Ich wollte gerade sagen, er ist doch noch nicht tot, oder? Sie hat voll die Augen von Meera. Ja. Ja. Er hat keine Ahnung, wer wir sind. Warum würde er? Du bist richtig. Er ist nur ein Messenger. Er ist nur ein Messenger. All er hat er gemacht, war ein Ironwood Necklace. Er hat ihn mit ihm gegeben. Warum sollte er mit ihm glauben? Er hat er sicher nicht. Also doch. Ich glaube, das sind die Bastarde von Lord Gregor. Das würde zumindest erklären, warum sie beide die Augen von Mira haben. Na klar. Ja. Na klar. Du kannst dich auf mich verlassen, Schnecke. Ja, sie sind dreckiger. Steady, go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie jetzt? Da machen wir jetzt einen Cut? Zurück bei Mira. Oh, oh. Aber ich habe das Messer doch weggeworfen. Was ist passiert, Tom? Sarah hat gesagt, sie hörte rumores über mich. Es ist alles über die Karte, m'lady. Sie sagen, Sie holen die Lannister-Menn zu deinem Bett und sie in ihrem Schlaf. Was? Was? Das ist schrecklich. Es wäre schrecklich, m'lady, wenn die Soldaten nicht in deinem Bett geschenkt. Sie sagen, Sie haben das Lannister-Mennstir-Mennstir-Mennstir. Aber die will mich nicht mehr sehen. Aber die will mich nicht mehr sehen. Aber die will mich nicht mehr sehen. Das ist schrecklich. Sie werden die Hände ausgeschenken. Das ist schrecklich. Der Panik nicht helfen. Die Schmerzen werden nicht verhindern, bis sie jemanden für Damien zu spüren. Was werden wir tun, Frau Mira? Wie sind wir das? Wir fangen an zu diesem? Es ist gefährlich, Tom. Du solltest wie weit weg sein wie möglich. Ich vernehme das, m'lady. Aber wir sind zusammen. Aber ich weiß nicht, wie Sie mit dir helfen. Sag mir, und ich werde dir helfen. Whatever es ist, wir können hier nicht bleiben. Das ist zu gefährlich für mich hier, Tom. Ich muss nach Ironrath zurückkommen. Es gibt eine Kalleus-Store bei der River Gate. Auf Muddy Way. Die Bewerber sind wie Familie. Du bist sicher. Von dort, wir können Sie aus der King's Landing raus. Oh, Tom, was machst du da? Ja, warum denn? Er hat doch nichts damit zu tun. Jetzt bringt er sich in Schwierigkeiten. Ach, Tom. Das war ja ein super Plan. Nicht. The gates are down. Archers at the ready. The foot soldiers are armed. Whatever that's worth. Talia. And Elaina. In the cellars, where they'll be safe. You should be with them, my lady. Und lass Ludd denken, dass ich Angst bin. Roderick Forrester! Meine Ordnung von Houses, Whitehill, Bolton und Baratheon! Ich sage euch, dass du dein Gehirn verbrechtest und sich für die Exeküche gegeben hat! Nein. Er muss sich schützt in seinen Brüchen. Gehe deinen Mann aus meiner Lande, Whitehill! Und ich werde dich verlassen, mit deinem Gehirn noch beendet. Ich kann das nicht, Roderick. Ramsey Snow hat gesagt, nur eine unserer Houses kann überleben. Alles, was zu entscheiden, ist, wie du sterbierst. Ryan, bringe den Gehirn! Nein, was er machte? Ich bringe dir etwas, was du auf die Bühne gehst. Was? Oh! 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 Die Rache wird kommen, mein Freund! Schade. Arrows! Watch out! Get out of the way! Scheiße. My lord! We must take action! Return fire! Return fire! Return fire! You saw those quits! You saw those quits! Find me when the gate falls! Warum greifen sie nicht direkt die White Hills an? Oh, Kollege, dich nehme ich mir. I need to get off this bloody wall! That animal! He's taken everything from us! What's happening out there? Nothing good. This is Duncan's fault. I've been in many sieges, but because of him, the White Hills know our numbers, our defenses, the strength of our gate. And they're using Ryan as a human shield. I'd say we have ours. Maybe less. Once they break that gate, Ironrath will fall. The problem isn't Ryan. It's Lord fucking mighty. They cut the head off the snake. This all goes away. Now this is a plan. But how? They'll storm the gate the moment we open the gates. Then we don't go out the gates. Royal, the map. They... It's a奇ità. It's a secret kitchen. Ok. Hinteres Denise. Das wäre gut. und dann kommen wir hier runter. Wir enden hier, hinter Ludd's army. Das ist ein Plan für mich. Wir befinden uns der Kamp, nehmen Ludd und vielleicht bringen Sie einen Bruder zurück in der Bargain. Mein Herr, ich bin alle in der Lage, zu erzeugen, aber wenn Sie da draußen sind, dann ist es alles vorbei. Diese Krieg, Ihre Haus, Ihre Bruder's Leben, Meera may leben, aber Ihre Mutter nicht. Roiland, wenn Sie einen besseren Plan haben, dann ist es die Zeit, um es zu spüren. Ich bin nicht, mein Herr. Und auch ich bin. Kein Risiko, kein Spaß. Meera, das ist es. Wir gehen zur Krieg. Bist du mit mir oder nicht? Wir sind mit dir. Nur weil Asher bereits bezahlt. Dann werden wir diese Sch***-Kolbe-Land. Wir werden beide gewonnen, oder wir werden alle... Stürp leise. Wir brauchen die Sch***! Wir gehen! Wir dürfen Ihnen eine grosse Bef Ihre Einstellung gefällt mir. Das klingt gut.